Mein Name ist Sascha Frohberg, ich bin Studiengangsleiter für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik und digitale Transformation. Der Studiengang Wirtschaftsinformatik verbindet wirtschaftliche Kenntnisse mit IT-Grundlagen. Es geht aber nicht nur darum, ein halbes IT-Studium und ein halbes Wirtschaftsstudium zu machen, sondern es eben zu verbinden. Also zu schauen, wie kann ich digitale Geschäftsmodelle in die Realität umsetzen, wie wirkt eigentlich Digitalisierung, wie kann ich kreativ gute Lösungen entwickeln. Das Studium hat einerseits natürlich die Digitalisierung selber zum Thema, also wie kann ich eigentlich Digitalisierung umsetzen, was macht das mit unserer Gesellschaft. Ich habe aber eben auch Softwareentwicklung, also man entwickelt selber Software, man gestaltet Software und man hat natürlich die betriebswirtschaftlichen Grundlagen, wie entwickle ich ein Geschäftsmodell, welche Chancen habe ich am Markt mit einem Produkt. Das sind so die Themen, die wir bearbeiten. Grundsätzlich sind die Jobchancen relativ breit, weil ja auch das Studium relativ breit ausgerichtet ist. Und man kann also zum Beispiel in großen Unternehmen arbeiten, man kann bei Mittelständlern arbeiten, aller möglichen Branchen, weil ich heute in jedem Job eigentlich IT-Kenntnisse brauche. Also Management ohne IT funktioniert ja eigentlich nicht mehr und insofern habe ich relativ gute Jobchancen. Ich kann auch in die IT-Beratung gehen oder zu IT-Dienstleistern, wenn ich das möchte. Das ist recht umfangreich. Ja, wir haben einerseits ein Pflichtpraktikum im sechsten Semester im Umfang von ungefähr neun Wochen und ich kann darüber hinaus natürlich ins Ausland gehen. Wir fördern das auch und wir möchten das auch gerne, dass Sie das tun. Wir haben ungefähr 100 Partnerhochschulen in Europa, aber auch in dem Rest der Welt, in die man gehen kann und wo wir einen Regenaustausch haben. Ja, was man mitbringen muss für das Studium ist Interesse an der Sache. Man muss ein bisschen Spaß dran haben, analytisches Denken ist hilfreich. Viele denken, sie müssen schon programmieren können, wenn sie zu uns kommen, aber das müssen sie nicht, weil dafür sind wir ja da, dass wir ihnen das beibringen. Wenn man schon Programmierkenntnisse aus der Schule hat, ist das jetzt nicht schädlich, aber wenn man sie nicht hat, ist das vollkommen in Ordnung. Wir beginnen da von Anfang an.